So meine Freunde der gepflegten Trommelkunst, ein weiterer Gruß aus meinem Proberaum. Wie versprochen heute Kenny Ironhoffs Power Workout Nummer 1 Teil 2 mit Groove 1 und Solo 4 und 5 und Groove 2 mit Solo 6. Das Ganze wieder im Tempo 130. Und wer mehr über dieses Workout haben, lernen möchte, wissen möchte, am besten Kenny's DVD kaufen. Viel Spaß! Das Ganze wieder im Tempo 130. Das Ganze wieder im Tempo 130. Das Ganze wieder im Tempo 130. Das Ganze wieder im Tempo 180. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, Kritik habt, was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.